Servus. So, ja, der Tag fängt schon so scheiße an. Es regnet. Gut, aber. Wir haben alles erledigt. Jetzt will ich gar nicht raus. Weißt du was? Wir gucken erst mal. Ich hoffe ja mal, dass neue Aufträge drin sind. Okay, ich muss da drin. Es sind da noch einige Felder gewesen, die nicht angestellt wurden, wollte ich sagen. So, ich kann mir überlegen, was macht der Helfer? Naja, ich muss sehen, ja, eigentlich. Was hätte ich denn da? Ja, ich könnte ja. Und machen wir das am günstigsten. Also ich tue ihn nur wieder ansehen. Oder stechen wir fest. Lassen wir den das Ungrad bekämpfen. Oder lassen wir den uns wieder. Heißt was? Wir lassen den jetzt erstmal das Ungrad bekämpfen. Und dann kann der dünn. Genau, so werden wir das machen. So. Damit ich nicht mehr ins Menü rein muss, gucken muss, was unkalt ist. Ja, ich möchte das hier mal aufschreiben gleich. Ähm, wir haben da jetzt neun Monate, oder? Nicht falsch? Ich tue den da mal aufschreiben. Guck, genau! So, am untere Worte. Ich möchte mal aufschreiben. Ich tue die an. So, am unteren Gratze. Da muss man mal schreiben Streekel hin. Ich störe, dass wir jetzt mal alles annehmen, das ganze Unkorrhüt bekämpfen. So, wir sind es, zehn erst. Dann können wir loskommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir sagen, dass wir günstig sind. Warte mal, ich mach das nochmal anders. Neue Verträge. Ja, da kommt nämlich noch einiges. So. Okay. Gut. Hier haben wir jetzt schon zweimal. Das ist sehr schön. Das wollen wir jetzt nicht machen. Silage. Silage. Okay. Das ist ganz gut. So, hier haben wir jetzt 14. 14 müsste stimmen, oder? Hier wurden es mehr. Oh gut, es sind mehr wie 14. Das sind genau die, die ich angesätigt und erbequemt habe. Das ist eigentlich wieder nur so ein weiterer. Ja. Ja. Haben wir ja vor. Das ist sozusagen dann Dann meine personally hier・steands-2- waren. Dann wäre da der Hund. Dann wäre da der Hund. Dann wäre der Hund. Dann wäre da der Hund. Dann wäre ich auf der Hund. Dann wäre der Hund. Dann wäre da der Hund. Dann wäre es bei der Hund imõ. Dann die 5,6 Dann die 9,9 31 31 31 31 31 31 31 32 Und noch die 41 Und noch die Und noch die 41 So Nun wüsste ich immer, wieso wir sein Gehalts haben So, gut, das ist seine Arbeit Wir müssen regeln So, und ich will jetzt noch Ansehen Was haben wir da jetzt hier so schönes Rote Becher Karotten Sojabohnen Fast die Nagen Ich hab nicht angefangen damit Mais Mais Karotten Mais Sojabohnen Karotten Fast die Nagen Mais 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 ist sehr viel So, geht das alles Zum selben Alles verkaufen Südwest Wollte ich mich verarschen Wo ist denn der bessere Preis Den nehmen wir an und den anderen lehnen wir ab So Wo ist denn der bessere Preis Fruchthandel Süd Oder Alles verkaufen Südwest So Silage Der beste Preis ist Fruchthandel Süd Der beste Preis ist Dann nehme ich Fruchthandel Süd an Das müsste der sein Nein Brauchen wir hier irgendwas Ich hab keine Presse Ah, wir haben noch keine Beine Presse Ne Kaufe ich mir alleine Müssen wir uns noch alleine kaufen Und das lehnen wir erstmal ab Nächste löschen Neue Verträge Jetzt will der Heu machen Das ist meine Meise Ja gut, Heu geht eigentlich auch Oder? Ich bin auch leider Stimmt, ich brauche doch Heu Oh, jetzt hab ich da ab Wegemacht Ne, ist der genau richtig eigentlich Jetzt kommt das nicht mehr drauf Kommt, gib mir das Heu Kommt, gib mir das Heu Machen wir das Heu Gut Wärcht ihr auf jeden Fall abkaufen Also wär ich euch allen beiden alles abkaufen Das Heu und die Silage Das können wir wissen So Kaufe ich euch ab dann später Also nicht dann später, dann werde ich's machen So, aber wir Müssen wir erstmal auf den Hof fahren Ui, drei sind auf drei Halleyo, jetzt haben wir zu tun So, na gut Eigentlich wollte ich auch mal Gewächshäuser machen Aber ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich im nächsten Video machen Ich bin eigentlich gar nicht so die Zeit Gewächshäuser In Gewächshäuser In Gewächshäuser Das zu machen Wann wirst du noch ein bisschen produziert werden? Nur im nächsten Video Mit Gewächshäuser Eigentlich auch nämlich Demordnet Erdbeeren Bei Sprach Vitamine Wie ihr seht Läuft ja Weiß es nicht, das findest du ja nicht Der Motorwerk Möchtet es hier In kurz mit zehn Stunden So Und für den Roboter drin War ich Denkst ja Mit einem Rollfotter Und mit einem Rollfotter herzustellen War ich Vitamine Mit einem Rollfotter Und mit einem Rollfotter So Das hat mich angerufen Und jetzt In oben So, hat mein Helfer eigentlich den Dünger hier hingestellt. Den WG-Vorzeug immer weg. Ist alles in Ordnung mit dem? Sauber? Ja. Dann kann man den mal wegparken. Dann kannst du den noch abholen. Ja, inzwischen stehen ja alle WG-Züge. Guck, das ist meiner. Den kriegst du nicht. Das ist dein. So, wo wollen wir uns mal in der Strecke? So, zwei Scheiß wieder. So. So, Striegel, Striegel, Striegel. So, jetzt haben wir eine Zeitsch. Du siehst es. So, wie? So, eine Zeitsch. Siehst du? Jetzt sind das plötzlich alles neu aus der Zeitschschluss. Die 5V. So. Boah. Kriegst du es heute noch hin? So. 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 So wie, wir sterten das hier dreckig drin. Boah, das war's dann. Ne, jetzt. So,ept jetzt. So wurde eh vernützt. Also, dass ich morgens nenne's selber da sind. Gut, dann drängst du jetzt mit Striegeln an, das ist jetzt schon ein Arbeitsfreiesgerät. Du brauchst schon mal einen neuen Ordner, oder? Anstatt die Düngel. Hey, so viel, Arbeitsfreies hat er nicht. Der Watt, oder? So, weiß nicht alles, geht's gar nicht. Kommt von der Funktionierung. So, das hast du nicht genau, Arbeitsfreie. 27,2. Ach, der Scheiß, Arbeitsfreie. Und da geht's. In und noch du fährst. Da ging es leider zu 72. 72. Das war ein, was wir jetzt nicht. Vielleicht geht's. Ich weiß nicht, warum wir jetzt sind. so ein vorgewählte zweier ist verrückt auch nicht ins reich dazu 15 minus 1, gut so, wir brauchen mal einen neuen Ordner 2 gelb 27,2 m so guck, ich spiele nicht an und 72 so dann hauen mal was 72 so so sehr gut, und ich hole mir meine Sämaschine wieder und da mache ich nur meine Säaufträger hin das hätte ich das gewiss, hätte ich dir leider dran geladen hätte ich das gewiss, hätte ich dir leider dran geladen ein bisschen schweige so gut, sehe ich das eigentlich? ne ne ich glaube da muss ich die Details anmachen und dann müsste ich's sehen eigentlich ähm so ansehen ist das mit der Hand, oder? wo ich da möchte ich bin das ansehen aus 37 oh guck mal was die 37 ist ja ok gut, wir fangen wo fangen wir an hm das ist 28 22 wissen ok 45 ja ich würde die 45 machen dann zur 26 von dann die 53 dann die 43 dann die 43 47 die 1 die 4 die 11 und so weiter ok, also wir fangen auf jeden Fall Meter 45 an genau wir fahren zur 45 genau wir fahren zur 45 hat die 37 Unruckschie jetzt mit erwähnt oder? gut, die 45 45 45 will ne ohne so ein großes Feld nicht fast die Nagen passt mir ja gar nicht na gut müssen wir durch fast die Nagen mit uns ist auch nicht so gut mit uns ist auch nicht so gut das ist die Nagen das soll ich hören ja ne geht's nehmen wir mal das schöne große Feld mit was die Nagen was ich gar nicht genutzt das ist zum Beispiel etwas was ich Ihnen kaufen werde können wir walten neben das was übrig bleibt ich habe eigentlich nicht das ich wüsste habe ich hier Verwendung dazu ich glaube ja location jetzt machen wir nicht die kommen wir drei einen von l tweet 1645? Die Film wird schon. Du wirst hier stehen. Ja, wohl nicht. Okay. Wollen Sie sehen, wie die gerade jetzt zukommt? Das machen wir auf gar keinen Fall. Die kurze Seite. Das machen wir auf gar keinen Fall. Stimmt hier. Wir brauchen eigentlich gar nicht anfangen. Wir müssen uns schon wieder her, was zu sagen. Stimmt, ich weiß. Regelt hier. Eieieiei. Schnell vom Feld runter. Hab ich ja ganz vergessen. Wollen wir gar nicht versuchen hier. Wir sinken hier. Was ist das? Alter. Der ist gleich Sauträsch geworden. Das kann nicht wahr sein, oder? Gestern ist er die ganze Zeit trocken. Er ist sauber geblieben. Gehen wir hier aufs Feld. Auf der Schlammfeld gefunden. Der sieht aus wie ein Sau. Na gut. Was macht denn hier mal ein anderer? Fährt der? Der macht das. Was macht mich netter jetzt? Auf jeden Fall zeitlich schneller laufen lassen. Auf jeden Fall zeitlich schneller laufen lassen. Das steht schon mal fest. Das ist öfters hier mit Regnen. Dass wir was machen können. Bei dem Wetter brauche ich nicht auf die Felder fahren. Ihr seht ja was hier. Phase ist nur. Feine, Diele, Spuren. Mit dem Backend brauchen wir auch nicht alles machen. Mit dem Backend brauchen wir auch nicht alles machen. Wir springen mal zu die Gewächsräuser. Wir springen mal zu die Gewächsräuser. So, die sind... Schafft er das ja irgendwie? Okay. Schwerfen die herum. Das wird laufen. Das hat mich schön gewundert. Sind wir dort geworden? Nein. Das sieht nicht gut aus, was du hier gemacht hast. Das sieht ja gar nicht gut aus. Was du hier so machst. So hier lang runtergerutscht. Passiert. Schlo, es hat keinen Sinn jetzt. Bei den Kollegen. Wir müssen warten. Und das ist ja sattdreckig. Wir müssen warten. Und das ist ja sattdreckig. Wir müssen warten. Und das ist ja sattdreckig. Die Thun sind angebetet, gleich sattdreckig. Sonst weil es regnet und die Fährte zu wenig schluss. Ist ja was, was wir machen. Das ist ja sattdreckig. Irgendwificant. Dann ist ja das Feld. Danke. So, kannst du hier lohnen. Am 99% ist dann. Dann bist du noch drauf. Nein, jetzt. Dann müssen wir drauf. Du? So, jetzt. Und jetzt, wie gesagt, wir springen erstmal. Ich weiß nicht, wo wir es nicht gemacht haben. Wollen wir mal, sieht man, irgendwo müsste man das da eigentlich sehen. Und gerade hier. Ach hier, der Mittelstreifen ist es noch. Beim Wenden würde ich sagen, ist er hier runter geflogen. Okay, das geht. Den Mittelstreifen noch und dann. Na gut. Hier werden noch Gewächshäuser. Gewächshäuser müssten hier sein, irgendwo. Gut, was kosten die jetzt hier? So, das ist, was ist das hier? Erdbäum. Erdbäum brauchen wir. 10.000. So, okay, damit kann ich leben. Erdbäum brauchen wir. Und zum einen brauchen wir auch. Salat brauchen wir eigentlich nicht. Gut. 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 Dann wäre ich mal. Gut. Stimmt, den habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Meinen neuen Trainer. Einen Bozo Trainer. Okay, in Gold. Das war schön. So. Dann machen wir ein bisschen. 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 Bisschen Bisschen. Jetzt müssen wir hier eigentlich bloß ausmachen, sonst ist das eigentlich weg alles, oder? Mal Mal. 200.000. zeitgült zu mir. wir müssen noch Dünger rein, Saatgut, Kompost und Leerballetten. Ihr wisst, ich seh das nicht als Booster an, ich seh das als notwendig an. Das sind alles Sachen, die in den Gewächshaus eingeschreien müssen. Hier wird es als Booster angesehen, ich seh es nie als Booster an. Da, wieviel klicken wir unter mir? 50, 75, 85, 90, oder auch 25 machen gehen, ne? Da haben sie halt gut. Ne, gut. Wir machen es trotzdem erstmal aus, würde ich sagen. Strom mit der gehen hin. Hätte mich jetzt überwundert. Gut, genau. So lange wie es hier noch regnet, werden wir jetzt mal ein bisschen Wasser wollen. Es wird auch hier unten erhoben. Das ist dann Wasserladestation. Genau, da. Oh, füllung starren. Oh, füllung starren. Oh, füllung. Das geht. Das ist in oben die Geschwindigkeit. So, die Futterung ist wieder. Mal gucken, wo das hier hinkommt. Ja. Ah, Pummel. Oder? Ja. Mal Pummel. So, 200.000. Ich würde das jetzt wegen 50.000 reingehen. Dann ist es halt so. Ja. 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 Wenn wir schon mal aufgehört, dann müssen wir es noch ein bisschen abtrocknen. Dann darf ich dort nicht mehr von singen. So, damit ihr auch wisst, was ich mit den früchten da tue, die müssen ins Fritzi Spritzi irgendwie das Ding machen. Dort kriege ich noch Vitamine raus. Das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt. Warte, ich hatte gesagt, dass ich Vitamine brauche und dafür gebe ich es raus. Das muss noch ins Fritzi Spritzi rein. Und dort kommt das Nebenprodukt Vitamine raus. Das ist die ähnliche Produktion, die Vitamine abgibt. Also wir brauchen die. Oh, Salat. Nehmen sie doch nicht rein. Jetzt kann man kleine Getränke machen. Das können sie mir jetzt geben. Kein Salat, Saft oder sowas. Oh nein. So. Und die 5.000. verschiedene Petersilie sind. Da muss man ja noch. So, die Wechsel sind dann noch schnell alle fertig machen. Das können wir aber nicht fast noch weiter machen. Wenn ich mir die Hilfe dann wieder so ansetzen. mehr Paletten holen, wie gehen wir in den Schreien mehr Paletten, ähm, mehr Paletten, 24,000 plus, das sehe ich eh fast voll, also ist ganz gut, ja, da sind wir noch, Dünger, so ist gut, okay, komm, 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 kuchen dass die gewächsäserien muss schon mal laufen Oh Mensch, ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder hier, überfällig. Na gut, ich werde jetzt die Gewächshäuser noch komplett fertig machen. Und dann werde ich mit meinem Mitarbeiter wieder anfangen. Der strinkeln, ich ansehen und dann geht es los. Gut, in Ordnung, haben wir doch in diesem Video noch die Gewächshäuser gemacht. Durch den Regen. Der hat uns nicht so richtig arbeiten lassen, weil dann auch mit Holz da oben. Na gut. So, in Ordnung, würde ich sagen, ich tuze mal hier. Dreimal Wasser holen, dann ist das Öl voll. Und die Leber laden wir uns. Mal gucken, wie es mit dem Kompast aussieht. Ob wir da welchen kaufen müssen, oder ob wir noch genügend haben. Wir gehen rein in den Kompast. Kompast, oh 34.000, alles 94.000. Das sind 48.000 Liter. Vielleicht soll ich mal gucken, gleich mal. Das hier ist nur noch gleich. Wie viele haben wir denn? Ach siehst du, das reicht sogar. Müssen wir nicht mal welche kaufen. Das ist mit dem... Wieso läuft das nicht mehr? Oh, 13.000. Also bestimmt die Gülle leer, denke ich mal. Ähm. Jups. Die Gülle ist leer. Na gut, dann ist es so. Schalten wir es aus. Und wir sehen jetzt wie es läuft. Wir brauchen Gülle. Warte. 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 Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschö. 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 Tschö.